Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ishmael? Ich weiß nicht, wie mein Leben war, bevor ich ihr begegnet bin. Und es ist mir im Grunde auch egal. Sie ist alles, was ich brauche. Hören Sie schon auf mit Ihren Spielchen. Ishmael! Ich erinnere mich jetzt wieder. Lee. Der Dämon der Straße. Der Vater aus der Hölle. Mein Vater. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich werde ihn finden. Ich muss das beenden. Ich werde ihn verletzen. Ich bin einmal gestorben. Noch mal, passiert mir das nicht.